So liebe Freunde. Das Kommentar ist online niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Noch ein stark Gehgefühl hier. Ich weiß gar nicht, ob es noch kann. Ich weiß gar nicht, ob es noch niemals ist. Ich weiß gar nicht. Das war der Schemann des Böses. Ich weiß gar nicht, ob ich mache. Soll ich jetzt einfach die Zeit, das Ganze auch noch machen? Nein! Ja! so liebe freunde ja der wald ist mein dojo nostalgie gefühl pur hier auch wenn hier auto geräusche sind aber lassen wir uns auch nicht beurren liebe freunde ja so die natur ist mal wieder herrlich ja ab in den dschungel war also man hat jetzt gar nicht gerechnet ich habe das ja die windschung treppisch pur hey liebe freunde so das wäre was wo man dann aus duisburg uns beide mal gefallen das ist ja so wirklich ein windschung art ja geil ja ein da lacht jedes windschung herz da kommst du davon wie so ein hongkong film wo sie was mit windschung drehen da kannst du mit windschung auf alles machen schießsau langscht doppelmesser techniker du kannst doch echt sieben tau oder bist ja voll aufgegangen damit habe ich gar nicht gerechnet das ist echt affegeil brutal hey brutal also ich kenne das zwar hier immer vom vorbeifahren ja und halliopp es hat klappt gott sei dank das ist ja krass das ist echt krass da können wir ein wenig jungen mäßig was zeigen also ja da läuft das wasser nicht an ja krass so oh der draug am weg da auch was überlegen wir gerade ob ich die beste aufnahme dazu machen kann wäre das so schon genial da müssen wir eine stufe runter machen ein bisschen aufbauen zeigen wir mal was deswegen ich sage der wald ist mein dojo ist eigentlich das beste das beste konzept wo man erfinden kann ja so ich glaube ist das noch eine stufe runter oder mehrere ist ja nicht unsportlich so oder euch die hufe jetzt sollten wir aber schon entscheiden so liebe freunde so so ja im zustand so wie sie aus meinem verband können wo ich aktuell noch bin und wie es auch früher war das ist ein ganz guter stand wenn es aber andere stände gibt es könnte auch gut sein du willst jetzt nicht so sein wie die Zeitung der schreckliche im netziger wundervollband wo ich bin die wir mit der 7-Tower-stellung und Beinstellung nicht einverstanden machen auch einfach so das finde ich gefährlich wenn man ein Schießerprogramm ist dann fühlen sich das an dann kann man sich die Tiefe ein erinnern von hier finde ich den klassischen leonkingen Zustand da sinnvoller ja richtig man kann schon den guten Gegner einnehmen ja 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 wenn man Waffe hat sollte man schon anders nachstellen ja gestoppt oder so ja ja da muss man solche Reitweite von dem Waffe aufpunkeln ja ja das Waffe ist mein Auto ja ok das ist auch wieder was anderes was können ja so so das war Tegwondo jetzt mal wo was kann ich tun Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ohne Witz, liebe Freunde ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020